Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17. Wir spielen auf der Konsole. Hier war so, hier wurden Wachstum gedüngt 50%. Drüben düngen wir gerade das zweite Mal. Die kommen jetzt also hier auf 100% beim Meister. Und dann werde ich den Traktor gleich hier, dann müsste ich fertig sein, hier nochmal rüber setzen. Boah, wie geil die sich das so im Hintergrund da hinten ist. Hier schöne Maispflanzen. Kommt der jetzt durch, oder? Ne, der muss noch eine Runde fahren. Na, hier haben wir ja noch 50%, okay. Gut, oder nicht gut? Uns fehlt hier noch ein Frontlader. Und ich glaube, wenn er das kann, dann bauen wir uns noch mal einen an. Denn einer ist jetzt echt langsam ein bisschen wenig, auch wenn das komisch aussehen wird. Ich hoffe, der müsste ja eigentlich auch, äh, den Frontlader hier anbauen. Können wir mal schon haben, denke ich mal. Wenn er überhaupt jetzt hier Frontlader kann, ich, ja doch, können wir, oh, können wir machen. Warte mal. So, okay. Kostet jetzt 1,5. Ist es mir wert. Denn wir müssen jetzt auch noch die letzten Beinen von dem einen Feld holen, wenn wir da jetzt ein bisschen was machen wollen. Und, puch, hier ging es mir geil gefahren. Keiner gesehen. Wir müssen jetzt auch noch mal ein bisschen Mist holen. Das machen wir gleich als erstes. Sieht scheiße aus. Ja, hm. Okay, ich werde bei Gelegenheit umlockieren. Abgemacht. Können wir dann vielleicht auch noch mal schwarz nehmen oder einen neuen Traktor zum Bein. Aber so geht das ja gar nicht. Äh. So, wir nehmen unseren Universalwagen mit. Oder Anhänger. Plattform, wie auch immer. Wo bin ich hier jetzt erst mal? Ach, Mist. Ach so, das könnten wir auch machen. Warte mal. Lass die mal da. Könnte ich da nicht auch einfach ein bisschen Mist reinschmeißen? Ne, da fühle ich wieder vernünftig sauer schrubben. Lass die mal mit. So, vorher können wir dann noch ein paar Kartoffeln reinschaufeln bei den Schweinen. Und können gleich mal versuchen, wo wir vorne das sauber kratzen können vor dem Trog. Ich kann das so rumfahren. Nicht mehr Anlauf nehmen. So, nehmen wir aus. Das ist eine peinliche Kombination. Ich weiß. Aber manchmal... Warte mal. Nein. Bleibt zu. Einmal umschwenken. Aufs richtige Gerät. Jetzt geht's auch. So. 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 Guck, und so kannst du dann hier auch sauber machen, ne? Das Ganze speisen wir wieder zurück in den Trog. Guck. So. Jetzt gucken wir mal kurz, ob die überhaupt Kartoffeln haben wollen. Ja. Kann man machen. Ich könnte mir das Spiel auch was Wendiges vorstellen, ne? Irgendwie da so ein Teleskop-Lader oder diese kleinen Kompakt-Lader. Wäre auch cool. Kommt einer nehmen wir noch. Aber später brauchen wir definitiv auch mal eine eigene Mistgabel, ne? Ich könnte den Feld da hinten liegen lassen. Boah, sieht der Scheiße aus. Mann. Aber Hauptsache funktioniert. Oder? Die sind ja nicht zum Posen hier. So, soll mal hinten rumfahren. Das ist noch nicht unser Wasserfass. So. Jetzt muss man wieder umschalten. Hinten absenken. Mal abmachen. Und dann nochmal Fuhre Mist. Für unsere Äpfel. Die schön rot werden. Ich muss jetzt von außen, damit ich auch mal besser zielen kann. Ich muss auch sagen, die Kiste ist auch ein bisschen grell. Müssen wir auch nochmal umlockieren. Wenn mal viel Geld über ist. Oh, eine geht noch rein. Ich muss jetzt noch ein bisschen was da. Wenn ich jetzt mit den Farben nicht klarkomme, einfach eine Sonnenbrille aufsetzen. Oder macht die Augen zu und ich sage Piep, wenn es wieder vorbei ist. So wie aus diversen Game Shows bekannt. Moment. Also. Also. Augen zu. Scheiße. Oh Mann ey. So. Ja, jetzt habt ihr was verpasst. Moment. So, Augen wieder auf. Obwohl, dass wenn du vorne rausguckst, siehst du es noch. Aber das sieht nicht ganz so schlimm aus, finde ich. Ja. Also wenn du so mit dem Dinger in den Dorf fährst. Da bist du echt das gespött. So. Jetzt habe ich den schon wieder. Oh Mann. Nee. Geh wieder runter und zu. So. So wollte ich das. Ist denn das Wasserfass hier? Nee. Das waren wir unten am Hof, ne? Ich glaube, der Helfer ist fertig. Wir müssen den unbedingt mal umsetzen. Denn der muss auch schon wieder Unkraut vernichten. Und jetzt hauen wir jetzt mal zu den App-Wellen. Ich muss aber noch einen schönen Weg anlegen. Definitiv. Ja doch, das können wir hier abkippen. Das geht gut. So, wieder umschalten. Kuppe auf. So, haben wir das schon mal. Dann brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Blinken wir nicht mal aus, sonst fällen wir uns zu sehr auf. Ja, Mist, hätten wir es auch gar nicht gehabt, ne? Also so ein Anhängerfall hätten wir gar nicht bekommen. Sonst würde ich natürlich da mal einen kleinen Anhänger rüberfahren. Frage ist nun, wo habe ich denn das Wasserfass versteckt? Ach, da hinten bei den Hühnern. Okay. Kommt ja nichts weg. Okay. Wollen wir das jetzt erst mal. Okay. Das war noch genug drin. Mist, so kannst du gar nicht so richtig durchfahren. Ich dachte, wir sind noch so ein schöner Weg, aber ja, geht, ne? Nur schon ein bisschen eng das Ganze. So, bin ich mal gespannt, wie viel da an diesen Fässern reinpasst. Das ist ja auch eine Pumpe, das sollte dann alles automatisch laufen, ist das Schöne. Ich muss ja gar nicht so viel drum kümmern müssen. Ah, jetzt ein Schlauchsystem, das ist ja cool. So, man sieht aber auch hier gar nicht. Ich kann mal die Hilfe einschalten. Ist da überhaupt keine Übersicht, was da jetzt drin ist oder so? Doch, hier, Wasser, 4000 Liter. Und 1000 Liter Mist. Und da sind auch die Äpfel jetzt sichtbar. Und die werden, soweit ich es verstanden habe, dann automatisch verkauft. Und gedeihen, solange wir denn hier Mist da ist. So, dann räume ich jetzt mal... Ne, ich springe jetzt erstmal rüber. Wollen wir mal kurz hin hier. Flux zusammenklappen. Ich nehme schon mal Fahrt auf. Zeit ist Geld. Und dann wird hier das zweite Mal gedünnt. Ist ja noch genug Dünger da. Ja. Na, da habe ich einen kleinen Fleck vergessen anscheinend. Ich will jetzt die Hühne mal wieder rausnehmen. Ja, das passt. Das kriegt ja hin. So. Jetzt Wasserfass wieder weg. Ich will jetzt mal schon, ob die Hühner noch einen Schluck haben wollen. Obwohl, jetzt ist der Wagen im Weg. Ach, lass mal jetzt so ein Lattninger. Ja, ein paar Schafe für uns auch noch zum Glück. Aber da brauchen wir auch wirklich dann nochmal hoch den Wiesel dazu. Jetzt kommt die Schaubel wieder weg und wir nehmen die Beinpieke mit. Dann geht's doof, ja. Aber ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Irgendwann muss jetzt der Traktor weg. Oder wir müssen die Gabel lackieren, YouTube. Also, das Geld muss jetzt einfach investiert werden. Ich weiß gar nicht, ob ich den Blue sonderdings überhaupt umlackieren kann. So, bitte. Macht sie schwarz. Nee, warte mal. Farben ist doch hier. Da, da, da. Jet. Sieht doch auch cool aus, oder? Oder könnt ihr auch ein Grau nehmen? Nein, nicht verkaufen. Nicht verkaufen, sondern... Nee, sieht auch doof aus. Doof aus. Was denn hiermit? Boah. Die nehme ich. Oh, guck mal, kostet gar nichts. Kriegen wir so. Da kann man schon eher mit leben, ne? Das Problem mit dem Gewicht. Ja, gut. Die ist jetzt noch grün, aber... Sieht auch nicht mehr so schlimm aus. Hm... Will ich hier noch ein anderes Gewicht rumnehmen? Nee. Aber die Zeit schon ja um ist, und ich will euch mal zeigen, wollt ihr die ganze... Lass den Traktor mal kurz laufen. Ähm... Ähm... Was ihr wenigstens mal seht, was ich hier so vorhabe, ne? So ein bisschen wenigstens. Und zwar... Ich hoffe, ich kriege das jetzt auch hin. Wir gehen hier auf Landschaftsbau. Landschaftsbau starten. Das ist echt eine coole Sache. Ähm... Wir... Wir gehen nochmal zurück. Und bevor man das macht, YouTube, würde ich euch empfehlen, an die, die es noch nicht wissen, natürlich, ne? Einmal das Hilfefenster an. So, weil dann... Ups... Ist es einfach so, dass sie hier auch dann die Anleitung... Da stehen das ohne... Die könnte ich's gar nicht. Wer von euch das blind kann? Respekt. Aber ich nicht. So, Landschaftsbau ändern. Äh... Bodentyp. Tja, was machen wir da? Ach, hier müssen wir da so ein bisschen Wiese machen, oder? Bodentyp. Aber man könnte auch Keys machen, aber das wäre dann eher so der Weg vielleicht. Da kann ich jetzt weiter ranzoomen. So. Genau. So, das ist nochmal kleiner. Ich überlege gerade, wie man wohl... Kann man rotieren? Ja... Ja... Ich würde alles ganz gerne so ein bisschen kippen, aber das geht gerade nicht. Warte mal, Bodentyp... So ein bisschen Kiesel hätte ich gerne. Ich denke mal, das wird ja sein, ne? So, und dann ziehst du hier einfach runter. Ja... Du kannst das Ding dann auch, ähm, breiter stellen, wie du möchtest. So... So... Okay. So... Oh, das haben wir hier verpinselt. Was denn dann... Mh... Und... Ich würde dann halt den Weg von... Von da so ein bisschen übernehmen, ne? Könnte man dann ja auch so ein bisschen Schlamm noch dazwischen machen. Das ist nicht nur so... Also ein bisschen Erde. Keine Ahnung. Können wir da nochmal gucken. Jetzt habe ich den Falschen genommen. Bah! Äh... Kostet übrigens auch Geld. Mh... Ich glaube, es gibt auch irgendwie eine Löschen-Funktion. Da müssten wir nochmal gucken. Ein bisschen von dem Zeug. Also man muss hier auch ein bisschen Zeit nehmen, ne? Sollte man vielleicht bei einer anderen Folge machen. Und hier würde ich dann in der Tat mal gucken, dass so ein bisschen... Grün noch dabei ist. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist ja meine Apfelplantage, ne? Ach, das ist ein Sträucher. Oh, Köln. So. Ja, und schon siehst du... Wird das Ganze... Ein bisschen... Gefälliger. Hier könnte man auch bei dem Mist und beim Wasser können wir auch ein bisschen was machen. Dann gestalten irgendwie... Hier nochmal ein bisschen... Grün. So. Ja, und das macht Spaß. Entspannt. Entschlackt. Alles gleichzeitig. Das macht euch Spaß. Und... Ja. Ich... Huch. Da laufen doch grad Springer, oder? Ach, wie süß. Okay. Ist ja noch ein bisschen was verbraucht. Ja. Cool. Na ja, mit dem Mist. Das müssen wir nochmal schauen. Ja, und sieht doch schon viel netter aus dann, wenn es dann so vernünftig einfasst. Das heißt, was ich mal gucken muss, was ich jetzt glaube ich noch nicht drin habe... Ähm... Diverse... Die einzelnen Apfelbäume, die hab ich noch nicht runtergeladen. Das mach ich auch nochmal. Gut. Und hier könnte dann später auch ganz gut die Strohbeerungs-Elon-Halle stehen, ne? Also. Viel zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für den Daumen. Und... Ja, ich übe noch. Ich bin auch kein Experte, aber ich... Hab ich gut gemacht. Oder? Ja, mach's gut. Und viel Spaß beim Modellieren. Ciao.